Können wir eigentlich jetzt mal nach Deja rein? Wohin soll es denn gehen? Weißt du, an welchen Tagen oder wie man da hinkommt von hier? Oder geht das überhaupt? Da sind wir, ja. Oder wir gehen halt erstmal in die Schwergenstadt. Mal auch überlegen. Müssen wir nach Harmonie wieder und so? Kann man von hier gar nicht. Uncool, uncool, uncool. Na komm, dann geben wir jetzt die Zwergenquests ab. Dann haben wir das zumindest. Wohin soll es denn gehen? Denn gehen? Wohin soll es denn gehen? Denn gehen? Techno. Ob es in Might and Magic Techno Remix gibt? Können wir ja Speed anmachen. Bobo. Ballad. Oh, jetzt hier nicht zu schnell runter. So ist gut. Deswegen willkommen. Zu meiner Lieblingsstadt. Und für die Kampfmagier-Quest müssen wir zum Forrest zurück. Die ganzen Geister sind wieder da. Die mache ich jetzt aber nicht nochmal alle. Auch wenn wir die jetzt mittlerweile ganz gut schaffen. Aber die mache ich gleich nicht nochmal alle. Achso, sie hat noch ihren Stab an. Ohne sieht das bestimmt ganz anders aus. Oh, wir können natürlich auch mal die ganzen Ärzte hier wieder einfarmen, ne? Von Schriftrollen und hast du nicht gesehen? Das können wir auch kurz mal aufmachen. Habt schon. Oha. Was hier so viel drin ist. Hohoho. Guckt euch hier Goldwert an. Das wird jetzt älter. Keine Ahnung. Ein Lehrbuch. Feuerring. Sehr nice. Oh. Ist gegen wir sehr resistent. Können wir ihm da geben. Weiß ich nicht. Ne. Damit kennst du dich nicht aus. Hätte ich jetzt gedacht. Was soll das denn sein? Weiß ich nicht. Wem soll das denn nützen? Stärke plus 10. Sehr geil. Waffenmeister plus 5. Heißt das, dass ich mit jeder Waffe irgendwie vielleicht nochmal mehr Schaden mache oder so? Prinzipiell? Kann das sein? Macht das Sinn, die Aussage? Oh, wer kriegt Feuerring? Wo ist denn Feuerring? Hä? Hab ich das gar nicht rausgenommen? Au. Soll mich das jetzt beeindrucken? Alter, wo sind wir denn jetzt? Ist zwar nur ein Kratzer, aber kümmere dich drum. Wir wurden doch jetzt weggeportet, oder nicht? Oh, wir haben den Zauber nicht mitgenommen. Ja, ne? Habe ich liegen lassen. Warum wurde man denn jetzt weggeportet? Nicht cool, nicht cool, nicht cool. Gar nicht cool. Äh. Oh, jetzt ist der natürlich down. Sollte ich jetzt was cooles ausprobieren. Wie lange geht das, der Wasserwandel? Solange bis ich Mana, keine Mana mehr habe? Schätz mal, ne? Wo war denn jetzt die Truhe? Waffenmeister ist Extraskill, der Angriffswert und Schaden auf Nahkampf gibt. Ah, okay. Wollen wir bestimmt ja wieder geportet, ne? Ist das denn eine Falle, oder ist das... Also kannst du dagegen nichts machen. Au. Boah, nur nicht draufgehen. Oh, falsche Seite. Oh, die sind noch stärker. Das wird knapp, das wird ganz knapp hier. Oh, warum ist man Wasserwandel... Ach, der ist gestorben. Aber man wird immer geportet. Wasserwandel ist ziemlich kurz. Ah, okay. Das Ding ist, ich hatte die auch erst vor kurzem... Also heute sogar, alle weggemacht. Sind die alle wieder da. Weiß, dass die auch immer nach einer Zeit mal wiederkommen. Aber so schnell... Aber da habe ich jetzt heute keinen Bock, die nochmal alle wegzumachen. Da habe ich echt keinen Nerv zu jetzt nochmal. Na ja, wir haben ja ganz gut abgesahnt mit dem Feuerbuch. Ah, okay. Muss auch noch einen Rang her. Hä? Was soll das denn sein? Mahlzeit. Also ich hatte keine Bedenken, dass wir drauf gehen könnten. Bei mir war die Sache klar. Was kann ich euch bringen? Gute Nacht. Thronsaal ist da. Ohohoi. Rettung der Zwerge. Jo. Hab ich fertig. 5.000 Gold nochmal bekommen. Willkommen zurück, lords. Now I will help you. My engine will work for you. Fix up your castle. You have my thanks. You are welcome here forever. One more thing. You walk. As in the other cars. They will send us to you. Now check your throne room. Watch your back, my friend. Cool. Die machen jetzt für uns alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt die Priester-Quest holen. Da musste man nach Deja. Und wo komme ich denn da am besten hin? Wo komme ich denn am besten hin? Da muss ich mal nachgucken sonst. Von Harman da komme ich da nicht hin. Kommt mal nicht so einfach hin, ne? Aber ich kann auch zuerst die Quests einfach machen. Was ist denn die Quest dafür? Und dann kann ich sie dann direkt abgeben wahrscheinlich, ne? Okay. Da muss man dann gleich sagen, wo und wie, ne? Äh, ich gehe dann erstmal nach Tatalja. Und das machen wir am besten. Oh, auch nicht von da. Und ich würde gerne noch meinen Bogenschützen vorher ausbilden. Dann muss ich zurück nach Forrest und die Quest dafür abgeben. Entweder mit der Kutsche, wenn sie da ist, oder ich gehe da zu Fuß hin. Kann man von Forrest vielleicht auch nach Tatalja? Das wäre doch eine ganz gute Route dann. Ach, natürlich nicht. Habe ich denn gedacht. Ehrlich sagt... Ne, da, ja, da kommt man dann auch hin. Okay. Dann gehe ich jetzt zum Forrest. Über den zu Fuß, Norden oder Osten. Und vom Forrest kann ich dann... Von da könnte man aber zu den Mooren auch oder die Quest holen. Routen passen immer nicht ganz so gut zusammen bei mir, habe ich das Gefühl. Ach, da ist die. Achso, ich habe die da angenommen. Komme ich denn da gut hin? Von Harmon Dill gar nicht. Ja, von da geht ein Schiff. Aber ich muss erst mal da hinkommen. Äh... Ich würde sagen... Hier. Von hier kommen wir nach... Eveli, von Eveli nach Tatalja. Ich glaube, die Route nehmen wir. Ich denke mal, die Route nehmen wir. Und wenn wir sehen... Wie sehen wir... Soll ich Zwischenstopp machen? Okay. Weiß ich nicht. Könnten wir ja auch mal jemanden geben, vielleicht dir, damit du nicht irrsinnig wirst, zack. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Hä? Was soll das denn sein? Hm. Also, nach Harmony wieder zu Fuß zurück. Und von da... Tollarion Forest. Was soll ich erstmal zu Forest? Von da nach Affley. Müssten wir nicht noch irgendwas im Wald machen, natürlich? Ist alles nicht so leicht. Erstmal nach Harmony, das ist er auf jeden Fall. Und die Vier nicht sterben. In jeder Fall ist auch einfach manchmal Gold wert, ne? Und die Vier nicht sterben. Was haben wir denn heute für ne Kutsche? Machen wir das danach ab. Weil an sich, Forest muss ich denn ja nicht hin. Wenn die Bogenschutz-Quest in Affley ist, muss ich hier nicht unbedingt einen Forest hin. Könnte ich ja auch anderen Zwischenstopp anlegen. Hallo, ihr wollt reisen? Okay. Äh, okay. Das hab ich jetzt nicht ganz verstanden, deinen letzten Satz. Obwohl, ihr habt Landverbindung noch Forest. Nur noch Forest. Aber ich komm doch trotzdem da auch anders weitig hin. Könnt ihr jetzt ja nach Erissa von da aus... Ah, komm ich gar nicht doch mit dem Schiff nach Affley hin. Oder Affley, wenn man das ausspricht. Kann ich doch auch hier zuerst hin. Nein, theoretisch. Nein. Nein. und wenn wir danach nur zum wald kommen ok ok ich vertraue der folgen ganz aber der tag ist dann können wir denn hier nach welche richtung war das ok zu fuß im nord und osten ok ich vertraue da komplett ich finde ich irgendwo hoch mal nötig da vielleicht so da fahren wir hin wir haben nicht genug essen mit ja gut natürlich auch mal können wo ist denn das wirtshaus seid willkommen gehabt da alle zu sein willkommen das beste essen weit und breit welche himmelsrichtung war das jetzt woher rausgehen müssen hier unten zufälligerweise im süden 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 kutsche mal schauen und morgen ok stimmt aus ihnen kommen wir ja auch nämlich wo sie kutsche kutsche ich glaube hier guten tag danger wäre natürlich jetzt gut könnten wir noch die quest abholen aber das wollen wir ja noch nicht kursche 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 wir hier? War ich hier denn schon mal? Ja, irgendwie muss ich hier ja schon mal gewesen sein. Doch, hier war ich auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, aber wo war der Questgeber? War der hier drin? Stopp. Nee, dann war der hier. Nicht fix gefunden. Kampfmagier. Tudu. Davon verstehe ich nichts. Das kannst du immer noch nicht? Davon verstehe ich nichts. Ach ja, ich muss mich jetzt ja erstmal zum... Ah, ja, ja. Jetzt müsste ich wieder Harmon Dale zurück und... Äh, wie ist jetzt die schlauste Rute? Wir müssen jetzt nach der Talia letztendlich, ne? Schiff. Ja, steht hier auch. Äh... Einen Tag haben wir heute? Bestimmt nicht Donnerstag. Freitag. Genau verpasst. Uh. It works. Zu Fuß geht gar nicht, ne? Es ist immer so, ne? zu Fuß geht. Ja, ni? Ja, ich bin jetzt ja. Ja, ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Sie ist immer so, ne? Ich bin ja... Ich bin ja... Ich bin ja... Ah, zu Fuß wären 3x5 Tage, ja, da hab ich dann aber auch keinen Bock zu, dass die Latsche dann, ne? Ein noch! Mahlzeit! Willkommen an Bohr, komm an Bohr, anke hoch und sing! So, ich fiel mal, ja, alles Gute. Ah, hier war ich, ah, hier an die Stadt erinnere ich mich ein bisschen. Hier können wir auch noch Platte lernen. Platte können wir hier lernen. Hab ich mir extra aufgeschrieben. Zudiensten. Zudiensten. Hey. Machst du ab. Für Platte muss ich mit Wasser wandeln oder für die Quest, für die Quest, ne? Und du bist jetzt sicher, das schaffe ich schon. Wine Keller? Okay. Deutlich Meister. Im Norden, in dem Dorf. ach stimmt das noch ein dorf gewesen ja ja ich erinnere mich ich erinnere mich und mädels und jungs schild meister hast du schild eigentlich schon gelernt hier auch doch nicht schild experte da war ich aber auch schon wieder nicht schon lange lernen können guten tag danke ihr beutel ist doch nicht mit mir das hier in dem guten tag danke ihr beutel lassen aber ich finde hier jetzt da platten experte und gerade schon da jetzt mit segen hält um zur not auch feuer okay ist dann doch schon ein bisschen was anderes wahrscheinlich machen hier mein speicherchen machen sie auf dem weg waren auch schon recht viele die mir was anhaben wollen gar nichts so jetzt hier komplett raus irgendwo hier soll das sein oder was da auf der insel bestimmt das war nur ein kratzer ich habe mir ein nagel abgebrochen kann es nicht mehr gut gehen kann ich einfach mal die truhen öffnen können ganz nett aber unnütz schönes schild was soll das denn sein da brennt einem ja der hut das zwei händer leider gold abrecht das brauche ich doch für die magier quest kann es sein ganz nett aber unnütz wem soll das denn nützen schönes schild auf jeden fall ja jetzt machen wir so auch hier hin ein bisschen hoch hier ist es hier auf der insel wenn ich hier irgendwas cool ist eine hände in specialläden jetzt hier schon ein guter helm danke bis dann okay das auch auf alle guten tag darf ich helfen ja es ist bestimmt drinnen die höhle dass die hier wollen wir das wirklich wir haben keine nahrung mit noch kurz einmal nahrung kaufen holt blut gönnen und auch gönnen oh der sah ganz gut aus der bogen sogar den bekommen du kenne ich nicht ah standard bogen ganz nett aber unnütz brauche ich nicht oh ist hier die kneipe warte hier vorne direkt ja bitte sehr jetzt habe ich erst mal wieder kann ich auch da nicht pennen ne ja genießt euren aufenthalt ja 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 so jetzt geht es hier los brauche ich hier drin auch die ganze wasser wandel aktiv und schaden hä was soll das denn sein so sehen helden von ihr hätte ich gerne magisches auge und sie die ganze zeit noch überall er könnte ja noch die waffen alle einmal verzaubern oder würde es so lange dauern und jetzt noch ein paar vergessen irgendwie habe ich noch etwas vergessen ok ok äh wer hat das? gut ihre beiden waffen noch ein paar noch ein paar schaden leise die 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 Okay, nur unverzauberte Waffen. Er sieht jetzt aber auch schon mittlerweile aus wie ein Rötter, ne? So, habe ich jetzt alles drin oder brauche ich noch irgendwas? Ich glaube, ich kann los, ne? Alles klar. Abfahrt. Wir nehmen das Tempo raus. Sind ja die Diebe. Noch, wahrscheinlich. Au! Machen wir aber ganz gut Schaden. Mal noch was rein. Mal neu rein, dann sind sie wieder ein bisschen weiter weg. Mal langsam um die Kurve luschern. Er kam gar nicht mehr hoch, da habe ich ihn immer wieder nachgegeben mit den Schüssen. Das ist nur ein Dieb. Das ist nur ein Raudi. Uh. Uh, for what we are looking? Um, yes. Of course, we are looking for that. For what are we looking for now? We are looking for a card. Wem soll das denn nützen? 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 Oh! Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Wem soll das denn nützen? Oh Gott! Ohoho! Da wollten sie mich aber! Da kriegen sie nicht so einfach! Spinner! Ja! Ich steh doch ganz gut so! So können sie meinetwegen gerne alle stehen! He! He! Ja, das ist schon alles! He! 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 Ah, der Speck, der ist auch nicht! Oh! Ich dachte jetzt fällt er da ins Loch rein! Das ist gar kein Loch! Kommt man da überhaupt außerhalb des Schiffes hin? Das ist ja schon Looten, ne? Aber bisher finde ich es hier nicht so schwer. Das ist auf jeden Fall machbar. Bleiben das nur so Gespenster und Diebe? Orange, oh, jetzt kommt die Farben wieder. Oh, es bleiben nicht nur, äh, auch noch Skelette dazu, aber die schaffen wir ja auch, die sind, können ja nichts. Äh, auch ängstlich. Aber das können wir wegmachen. Skelette, aber, okay. Äh, Furchtentfluch entfernen. Furchtverjagen. Warum kann ich das nicht wegmachen? Ängstlich? Ist das nicht Furcht? Der Zauber nimmt einen Charakter, der Furcht vorausgesetzt ist. Er wird rechtzeitig eingesetzt. Je größere die Furchtzeit. Ah, drei Minuten nur. Aber ne, wir haben, einen Geist haben wir ja echt nur. Echt zu lange her. Okay. Aber, wir haben doch noch einen Trank. Oder haben wir auch nicht. Also gerade auf, auf, weißt du gerade, was man mixen muss? Also, er weiß es nicht, sagt er. Da, Furchtverjagen. Alles gut. Easy. Gut. Was war jetzt nochmal die Farbe orange? Das war, äh, irgendwo sind sie hier auch gerade ganz schön nah. Intelligenz, okay. Äh, scheiße, habe ich ihm das jetzt gegeben? Was war das? Hat er bekommen? Wollte ich ihr, ihr mal geben jetzt. Dass sie auch ein bisschen mehr Mana bekommt, wenn sie später noch Flug und sowas lernt. Das ist vielleicht, Violett müsste, Reaktion gewesen sein, meine ich. Ja. Grün? Boah, was für grün? Grün war... Geschickt, ne? Ja. Soll mich das jetzt beeindrucken? Oh, die Skelette hau ich ja echt schnell weg. Da. Äh, 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 kurz mal was gucken. Ich glaube, ich bin wieder da. Okay. Okay. Äh, wer hat denn am wenigsten, äh, 49, 42, äh, kriegst du das mal, oder? Ah, du hast so viel, ne? Du hast schon so viel. Wie kriegt das? In der Wand ist die Geheimtür. Der Wand? In der Wand? Ach, hier. Wow. Hätte ich, hätte ich niemals, niemals hätte ich das, äh, entdeckt. Wem soll das denn nützen? Ganz nett, aber ohne... So, lass mal jetzt bitte die Truhe einfach aufgehen. Er hat eine bessere Rüstung, ne? Er hat 28 sogar. Ja, sie hat ja ein bisschen sechsten Sinn. Aber er ist noch gar nicht hoch. Dachte ich mir schon. Telekinese-Zauber, habe ich noch ein Telekinese-Zauber? Aber soll ich den dafür nutzen? Wem soll das denn nützen? Wir haben fliegen. Wir haben fliegen, habe ich gerade gesehen. Vielleicht langt das jetzt ja. Das war nur ein Kratzer? Ja. Aber Küm, ich habe mir einen Nagel abgebrochen. Wir haben es überlebt. Keine Ahnung. Wem soll das denn nützen? Ist das die Karte? Wem soll das denn nützen? Brauchen wir die Karte? Jo. Nice. Dann haben wir das. Das ist mir ja echt fix. Äh, dann springen wir hier nochmal runter. Ich würde eigentlich gerne nochmal jetzt einmal kurz rasten, aber ach, die hauen doch eh nichts rein. Die Jungs, die können doch nichts. Die können doch nichts, die Jungs. Wo sind die denn da? Das tut echt weh! Wer haut denn da auf mich rauf? Wo sind die denn? Ja! Kommt mal mit hoch. Hier oben habe ich eine nette Überraschung für euch. Hier oben gibt es süßes. Die Hängerin der Wand. Was war das mit der Hängerin der Wand? Ach, da hinten ist noch eine Tür, ne? Ruhig, oder? Da? Und Katze! Ha! Ach so, das ist ein Bug, okay Was ist denn hier? Hier ist auch noch irgendwie was versteckt, nö Tausend nochmal Gibt's hier noch irgendwas cooles in der Höhle? Muss man hier vielleicht noch eine andere Quest erledigen? Oder ist das hier eh gleich zu Ende? Kisten Ah, okay, gibt mir noch ordentlich Loot Schön Loot kann man immer gebrochen Soll mich das jetzt bei Jetzt mal ihn hier fertig machen, bitte Unter der Treppe Unter der Treppe ist auch noch eine Tür Boah, wie er schreit Schnell Das ist doch nicht wahr Also so schnell kann doch keiner reagieren Komm, jetzt ist der ängstlich, ist mir egal Hier unter der Treppe Meinst du unter der Treppe? Ne, die Treppe meinst du nicht Hier unter den, auch nicht Aber das ist ja nur eine Abstufung, oder meinst du Meinst du die hier? Alter, war das laut Wem soll das denn nützen? Schöne Rüstung Das knallert doch bestimmt jetzt wieder rein Das war nur ein Kratzer Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich bin ja auch ängstlich Ich hoffe, dass das jetzt noch grün wird Bevor wir den Ausgang finden Oder zum Ausgang gehen Ja, nice Dann können wir hier noch campen Guck mal, da geht die Angst auch weg Ist doch gut Dann können wir hier noch ein bisschen